Hallo Liebes und Willkommen in meinem Gewächshaus. Hier züchte ich eine Auswahl der beliebtesten Blumen der Saison. Mit ein bisschen Hilfe von meinen Jungs. Obwohl sie alle auf ihre Art wunderschön sind, habe ich einen persönlichen Liebling. Eine Lieblingsblume meine ich natürlich. Haben Sie eine Lieblingsblume? Und vielleicht noch wichtiger, kennen Sie die Ihrer Freundin? Denn einen Strauß Lieblingsblumen zu verschenken, bedeutet eine starke Botschaft. Einfach, weil sie sich erkannt fühlt und ihn lieben wird. Lassen Sie uns also testen, ob Sie den Liebling Ihrer besten Freundin erraten können.